Herzlich willkommen zum Kurs Cashflow Modeling. Ich bin Leo Krämer und werde mit Ihnen heute zusammen durch die einzelnen Elemente eines Cashflow Modells für Immobilien gehen. So ein Cashflow Modell, das kann man ganz breit einsetzen, das wird ganz weit eingesetzt. Der Kontext, in dem wir uns das anschauen, die grundlegende Frage, die wir uns stellen, ist die Frage der Immobilieninvestition. Wir wollen in eine Immobilie investieren, machen wir es oder machen wir es nicht? Was ist eine Investition? Was ist da genau die Herausforderung oder die Frage? Bei einer Investition konsumieren wir heute nicht. Wir könnten heute Geld verwenden und konsumieren. Nein, das wollen wir nicht, sondern wir wollen das Geld nehmen und dafür später was zurückzubekommen. Und das wird dann in einiger Zeit sein, nicht heute. Und wir verzichten heute auf den Konsum und ermöglichen uns den dafür in der Zukunft. Und wenn wir uns fragen, ob wir das machen oder nicht, dann ist es eine absolute Investitionsentscheidung. Absolut, machen wir es oder machen wir es nicht? Ja oder nein? Öfters wird es aber sein, dass wir nicht nur eine Möglichkeit haben und die machen oder nicht machen, sondern dass wir mehrere Möglichkeiten haben. Und dann ist es eine relative Entscheidung. Welche von zwei Möglichkeiten nehmen wir? Die eine, die andere, die Büromobilie, die Wohnmobilie. Diese Möglichkeiten haben wir, diese müssen wir analysieren. Weil bei Immobilien ist es nicht so einfach, wie auf der Grafik hier dargestellt, dass was zurückkommt, einfach so, sondern dass wir mehrere Zahlungsströme haben, eine Immobilie mehrere Aspekte hat und je nach Immobilienart diese auch unterschiedliche Mechaniken haben. Und das Ganze ist nicht sicher wie das Sparbuch, sondern es kann mal mehr, mal weniger sein. Und um diese Aspekte zu verstehen, machen wir ein Cashflow-Model. Und genau das wollen wir heute machen. Ein Cashflow-Model zusammen entwickeln. Und das wollen wir auf Basis von Microsoft Excel machen. Also auch ganz konkret anwenden. Und anwenden, Ergebnisse rauskriegen ist das eine, was wir auch machen wollen. Das andere ist, dass wir diese Ergebnisse immer hinterfragen. Was haben wir für Annahmen getroffen? Was bedeutet diese Zahl? Wie wirkt sich das, was wir angenommen haben, auf diese Zahl aus? Ganz konkret werden wir das in diesen Schritten machen. Nach dieser kleinen Übersicht schauen wir uns das Grundmodell an. Das heißt, welche Elemente haben wir und welche Elemente müssen wir befüllen für die konkrete Immobilie, die wir dann vor Augen haben, die wir investieren wollen. Das Grundschema hat eine zeitliche Dynamik. Und das ist das, was wir uns als nächstes anschauen. Das ergibt einen Zahlungsstrom der Immobilie. Und auf dieser Basis werden wir einige Kennzahlen ausrechnen, wie zum Beispiel die Rendite oder den Kapitalwert. Und damit können wir dann verschiedene Investitionen miteinander vergleichen. Das ist aber nicht alles. Wir nehmen nicht einfach unser Geld. So einfach wie im Grundmodell ist es eben nicht. Sondern es geht auch um Finanzierung. Wir gehen typischerweise zur Bank. Wir begeben eine Anleihe. Und ja, wir haben einen Finanzierungsaspekt. Und das ist das Nächste, was dazu kommt. Wir haben auch noch einen Steueraspekt. Der kommt auch dazu. Und wir werden sehen, dass diese beiden Aspekte die Kennzahlen jeweils ändern werden. Auch das ist etwas, was wir interpretieren müssen. Wenn wir das einmal haben, diese Aspekte, dann haben wir den Zusatzaspekt des Risikos. Dass also über die Zeit eine Unsicherheit da ist. Und dass es nicht so ist, dass wir sagen können, das sind die Zahlungsströme, die rauskommen. Sondern dass es mal mehr oder weniger sein kann. Und das werden wir uns im Kapitel Risiko anschauen. Und zum Schluss gucken wir nochmal zurück, was wir alles gemacht haben und wie es vielleicht weitergehen kann. Lassen Sie uns also mit dem ersten Aspekt, dem Grundmodell, gleich starten.